Sängerin Maite Kelly erobert als Solokünstlerin die Schlagerwelt, gilt als Sonnenschein auf der Bühne und gilt als erfolgreich erste Künstlerin des Landes. Was viele Fans nicht wissen, eine chronische Krankheit erschwert der 44-Jährigen häufig ihren Alltag. Aufgeschwemmte Arme und Beine, Antriebslosigkeit, Gewichtszunahme, fast täglich hat Maite Kelly mit diesen Symptomen zu kämpfen. Seit Jahren leidet sie darunter, doch sie hat inzwischen die Kraft gefunden, offen über ihre chronische Erkrankung zu sprechen. Die Sängerin hat eine Schilddrüsenunterfunktion, wie sie in der Talkshow-Reverbot verriet. Das bedeutet, es werden zu wenig Hormone für ihren Körper produziert. Dieser Hormonmangel verlangsamt alle Stoffwechselprozesse und verringert die Leistungsfähigkeit des Körpers. Besonders hart? Die Krankheit ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht heilbar. Betroffene wie Maite Kelly müssen daher lebenslang Medikamente zur Behandlung nehmen. Maite Kelly, die Diagnose stellt ihr Leben auf den Kopf. Ein Schicksal, das der Schlagerstar inzwischen mutig angenommen hat. Dennoch stellt die Diagnose das Leben von Maite Kelly auf den Kopf. Man wird es nicht glauben, aber ich achte tatsächlich sehr auf meine Ernährung, verrät die Sängerin in Riverboot. Auf Fastfood und Zucker scheint sie mittlerweile weitestgehend zu verzichten. Zu groß ist das Risiko, dass sich ihre Symptome verschlimmern. Eine enorme Umstellung ihres Alltags, besonders wenn die Schlagersängerin auf Tour ist. So passt Maite Kelly ihren Alltag auf Tour an. Auch dann muss Maite Kelly gegen die Symptome ihrer Schilddrüsen unter Funktion ankämpfen, nimmt regelmäßig ihre Medikamente und achtet strikt auf eine gesunde Ernährung. Doch das ist während ihrer Tour nicht immer einfach. Beim Tour-Catering muss es oft schnell gehen, da wird es für Maite Kelly wahrscheinlich manchmal eine kleine Herausforderung auf gesunde Mahlzeiten zurückzugreifen. Wie gut, dass sich die Sängerin trotz ihrer Erkrankung abzu- und auch mal etwas Süßes gönnt, wie sie verrät. Sicherlich als Balsam für die Seele, der es ihr erleichtert, ein glückliches Leben mit der chronischen Krankheit zu führen. Die Sängerin Die Sängerin